Wie viele magische Sprachen gibt es eigentlich in Harry Potter? Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werfen wir einen Blick auf alle bekannten Sprachen der magischen Tiere und Kreaturen in der Zaubererwelt von Harry Potter. Und davon gibt es einige. Den Anfang macht die Sprache der Feen. So überraschend es auch sein mag, Feen können tatsächlich nicht sprechen, zumindest nicht im menschlichen Sinne. Ich hätte persönlich angenommen, dass Feen menschliche Sprachen sprechen, aber ohne die Fähigkeit dazu haben sie natürlich keine nennenswerte Sprache. Stattdessen kommunizieren diese magischen Kreaturen mit anderen Feen durch eine Reihe von lauten Brummtönen. Diese Information kann im Buch Fantastische Tierwesen und Wo sie zu finden sind, wie folgt nachgelesen werden. Trotz ihres menschenähnlichen Aussehens kann die Feen nicht sprechen. Sie gibt ein hohes, summendes Geräusch von sich, um mit ihren Artgenossen zu kommunizieren. Als nächstes haben wir Riesen. Die beste Gelegenheit in der Saga, einen Riesen zu beobachten, bietet sich natürlich bei Hagrids Halbbruder. Sowohl durch seinen Halbbruder, als auch durch den Stamm der Riesen, mit dem Hagrid versucht, ein Bündnis zu schließen, erhalten wir Hinweise auf die Sprache der Riesen, da Hagrid nicht in der Lage ist, sich richtig mit dem Stamm und seinem Halbbruder zu verständigen. Und doch können sie miteinander kommunizieren. Ein Beweis für eine Sprache oder zumindest für eine grundlegende Form der Kommunikation. Ist auch die Verwendung des Begriffes Gurg bei den Riesen, der dem stärksten Riesen und damit dem Anführer eines Stammes entspricht. Der Name und die wahre Funktionsweise der Sprache der Riesen sind jedoch unbekannt. Es ist auch erwähnenswert, dass einige Riesenberichten zufolge ein bisschen Englisch sprechen können. Die nächste Sprache ist Koboldogag, die anerkannte Sprache der Koboldspezies. Koboldogag ist eine weithin dokumentierte Sprache. Koboldogag kann in der Winkelgasse unter den Kobolden gehört werden, die bei Gringotts der Zaubererbank arbeiten. Viele der Hexen und Zauberer, die es vernommen haben, beschreiben es als raue und unmelidiöse Sprache. Eine Aneinanderreihung von rasselnden, komischen Geräuschen. Obwohl es sich um eine unangenehm klingende Sprache handelt, ist es möglich, sie zu erlernen. Das bedeutet, dass man kein Kobold sein muss, um Koboldogag zu sprechen. Wir wissen das, weil es mehrere Hexen und Zauberer gibt, die diese Sprache sprechen könnten. Oder es zumindest sprechen konnten, wie Barty Crouch Senior. Obwohl Barty Crouch Senior wahrscheinlich nicht das beste Beispiel ist, da er eine Art Sprachexperte war und über 200 Sprachen sprechen konnte, darunter Mermisch und Troll, zusätzlich zum Koboldogag. Als nächstes haben wir Mermisch. Wir erfahren zum ersten Mal etwas über die mermische Sprache im Feuerkelch, als Harry während seiner Teilnahme am Trimagischen Turnier mit den im Schwarzen See lebenden Wassermenschen spricht. Durch Harrys Gespräche erfahren wir, dass die Muttersprache der Wassermenschen eine unglaublich einzigartige Sprache ist. Mermisch wurde gezielt für die Verwendung unter Wasser angepasst, was dazu führt, dass es völlig anders klingt, wenn es über Wasser gesprochen wird. Unter Wasser ähnelt Mermisch einer menschlichen Sprache, wie zum Beispiel, als Harrys im Schwarzen See hört und die Wassermenschen versteht. Aber über Wasser ist es völlig unerkennbar und klingt wie ein raues, raspeliges Kreischen. Ähnlich wie Koboldogag kann Mermisch auch von Nichtmenschen erlernt werden, wie die Tatsache beweist, dass Albus Dumbledore die Unterwassersprache fließend beherrschte. Machen wir weiter mit der Parselsprache. Die Parselsprache ist eine der bekannteren mystischen Sprachen in der Zaubererwelt von Harry Potter. Sie wird von magischen Schlangenkreaturen wie sie im Basilisken, der gehörenden Schlange oder wie in der Stein der Weisen von einer ganz normalen Schlange gesprochen. Die Parselsprache hat eine einzigartige Aussprache und klingt wie zu erwarten sehr nach den zischenden Geräuschen einer Schlange. Jeder Mensch, der die Fähigkeit besitzt, die Parselsprache zu sprechen, wird als Parselmund bezeichnet. Und es ist interessant, dass diese besondere Sprache eine vererbte Fähigkeit ist, mit der offensichtlichsten Ausnahme natürlich bei Harry Potter. Dies lässt sich dadurch erklären, dass er einer der Horkruxe von Lord Voldemort war. Apropos, so gut wie jeder bekannte Parselmund ist ein Nachkomme von Salazar Slytherin, einschließlich der Gaunt-Familie und Lord Voldemort selbst. Diejenigen, die die Parselsprache besonders gut beherrschen, können dies auch ohne Schlangen tun. Eine weitere magische Kreatur mit einer ganz eigenen Form der Kommunikation sind die Wichtel. Obwohl es nicht viele Aufzeichnungen über eine offizielle Sprache gibt, ist es nicht unmöglich, dass eine solche existiert. In Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, wird erklärt, dass Wichtel ein hochfrequentes Geplapper erzeugen, das nur für andere Wichtel verständlich ist. Meiner Meinung nach lässt dies die Möglichkeit offen, dass dieses Geplapper eine Form strukturierter Kommunikation sein kann. Kommen wir nun zur Runensprache. Runen sind eine besonders einzigartige Sprache, da sie nur in schriftlicher Form bekannt ist. Es gibt kein bekanntes verbales Äquivalent. Die Runensprache besteht ausschließlich aus Symbolen und verfügt über ein eigenes Alphabet. In Hogwarts wird diese Sprache als Leistungskurs für Sechsklässler unterrichtet, bekannt als das Studium der antiken Runen. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass sie in der Saga auch im Elderstab eingraviert sind und im Kinderbuch vom Biedel dem Baden vorkommen. Kommen wir nun zur Trollsprache. In dem Buch Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, heißt es wie folgt. Trolle unterhalten sich im Allgemeinen in Grundslauten, die eine grobe Sprache zu sein scheinen, obwohl einige dafür bekannt sind, dass sie sogar ein paar einfache menschliche Wörter sprechen können. Über die Sprache der Trolle können wir nicht viel sagen, da der einzige Troll, dem wir in der Stein der Weisen begegnen, ohne Artgenossen ist. Aber ganz ehrlich, gibt es nicht mehr Sprachen als das? Nun, es gibt eine Liste, die ich gefunden habe mit einer Reihe magischer Kreaturen und Wesen, die die Fähigkeit haben, menschliche Sprachen zu sprechen. Wir beginnen mit den Akromantulas, den riesigen Spinnen aus dem verbotenen Wald, die Rons Albträume zum Leben erweckt haben. Akromantulas sind unglaublich intelligent und besitzen die Fähigkeit zu sprechen. Die Vorstellung von riesigen, sprechenden Spinnen ist jedoch ziemlich abstoßend. Als nächstes Zentaurin. Das scheint ziemlich offensichtlich, wenn man bedenkt, dass der Oberkörper dieses magischen Wesens dem eines Menschen ziemlich ähnelt. Wenn ich ehrlich bin, überrascht es mich eher, dass sie keine eigene Sprache haben, sondern die der Menschen sprechen. Zwerge sind hier nichts Bahnbrechendes, aber durchaus auch erwähnenswert. In die Kammer des Schreckens sehen wir Zwerge, die auf Bitten von Professor Gilderoy Lockhart in Hogwarts Valentinsbotschaften überbringen. Das ist etwas seltsam, aber es zeigt zumindest, dass sie Englisch sprechen können. Ähnlich wie bei den Zentaurinnen bin ich etwas überrascht, dass sie keine eigene Sprache haben. Gnome. In der Zaubererwelt sind Gnome Gartenschädlinge, die in Nordamerika und Nordeuropa verbreitet sind. Die Familie Weasley scheint ein Gnom-Problem zu haben im Fuchsbau, denn man hört sie im Garten ziemlich oft Fluchen, und zwar auf Englisch. Hauselfen. Ich nehme an, aufgrund der Beziehung zwischen Hauselfen und der Zaubererwelt sollte es nicht überraschen, dass sie menschliche Sprachen sprechen und keine eigene Sprache haben. Allerdings deuten die grammatikalischen Fehler, mit denen sie sprechen, darauf hin, dass sie vielleicht eine eigene Sprache haben oder auch hatten. Möglicherweise ist diese Sprache im Laufe der Jahrhunderte der Sklaverei verloren gegangen oder hat möglicherweise auch nie existiert. Mantikore. Ähnlich wie Zentauren sind teils menschlich. Mantikore sind unglaublich gefährliche magische Kreaturen, die den Kopf eines Menschen, den Körper eines Löwen und den Schwanz eines Skorpions haben. Darüber hinaus können sie sprechen. Die Sphinx. Eine magische Kreatur ist in der Lage, die menschliche Sprache zu verstehen, spricht jedoch, wie wir im Feuerkirch sehen, nur in Rätseln. Und das war es mit den magischen Sprachen und den Wesen, die menschliche Sprachen sprechen können. Wie fandet ihr es? Habe ich irgendwelche Sprachen oder magischen Kreaturen übersehen, die der menschlichen Sprache mächtig sind? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Also verumentiert sie zumindest bei Juft 2020 gew shedteilen Siem besuchen. Ciao.